Hi, ich bin Thies vom Blog Uberding. Ich bin heute mit Vodafone in Barcelona, um mich mit Frankie Zapata, dem Erfinder des Flybots zu treffen und um seine unglaublichen Erfindungen selber auszuprobieren und noch viel verrücktere, futuristischere Dinge mit ihm zu erleben. Erstens, ich habe die Idee von der Flybots in Juli 2011, und dann, der erste Tag, ich habe mich auf die Füße genommen, ich habe mir gedacht, dass ich die Hose und der JetSki bin, um alle Welt zu fliegen und zu werden und zu werden, wie ein superhumaner ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.